Geliebtes Menschenkind, herzlich willkommen zu dieser Chakrenmeditation, die deine Erdung unterstützen wird und dir helfen, in deine innere Mitte zu kommen. Wir reinigen vor allem die unteren Hauptchakren und Nebenchakren. Du kannst Gottes Engel bitten, dich dabei zu unterstützen, um leichter voranzukommen auf deinem Weg zu unserem Gott, der uns Vater und Mutter ist, zur Quelle allen Seins. Atme nun tief ein und aus. Tief ein und aus. Und atme nochmals tief ein und aus. Begeb dich nun in Fantasie, während du dich auf deine Atmung konzentrierst an deinen Kraftort. Reise in der Fantasie an einen wunderschönen Ort deiner Vorstellung. Nun sprich diese Affirmationen in Gedanken oder laut mit. Ich bin stark für schnelles Denken. Ich bin stark für schnelles Loslassen, alter Gedanken und Glaubensmuster. Ich bin plus minus neutral. Ich zentriere mich auf meine energetische Mitte jetzt. Dazu stelle dir vor, wie ein helles Licht von deinem Steißbein zum Scheitel hoch wandert an deiner Wirbelsäule und wieder herunter. Nun bist du zentriert. Ich bin stark für Körper, Seele, Geist. Ich bin stark für Fühlen zu 100%. Ich bin stark für Wahrnehmen zu 100%. Ich bin stark für meine Intuition zu 100%. Jetzt. Wir beginnen mit deinen Fußchakren. Bitte lieber Erzengel Sandalfon, bitte lieber Erzengel Uriel, unterstützt meine Erdung. Stelle dir vor, wie deine Füße rotbraunen Lehm berühren und sich in den Boden eingraben. Langsam spürst du, wie Wurzeln aus deinen Füßen wachsen und dich fest mit dem Mittelpunkt der Erde verbinden. Spüre das Kribbeln in deinen Zehen, in deinem Fußgewölbe, an deiner Ferse. Nimm jeden einzelnen Teil deiner Füße deutlich wahr. Bitte, liebe Erzengel, öffnet und reinigt die Füße. Bitte lass sie geklärt werden von göttlichem strahlendem Licht, dass alles Dunkle und Blockierende die Füße nun verlassen kann. Ich segne jeden meiner Schritte. Wo ich gehe und stehe, segne und danke ich Mutter Erde. Ich segne jeden meiner Schritte. Wo ich gehe und stehe, segne und danke ich Mutter Erde. Ich segne jeden meiner Schritte. Wo ich gehe und stehe, segne und danke ich Mutter Erde. Wir gehen weiter nun zu den Knieschakren. Stell dir vor, wie göttliches Licht deine beiden Knie nun durchflutet und alles Dunkle und Blockierende deine Knie verlässt. Bitte, liebe Erzengel, Sandalfon und Uriel, öffnet und reinigt unsere Knieschakren weit. Ich bin flexibel und beweglich. Ich bin flexibel und beweglich. Weiter gehen wir nun zum Wurzelschakra. Es liegt etwa auf der Höhe deines Dammes. Bitte, lieber Erzengel Uriel, reinige, kläre und aktiviere mein Wurzelschakra. Hier sitzen Zuversicht, Sicherheit und Vitalkraft. Die Farbe dieses Chakras ist Magentarot. Hier kannst du dich auch auf deine Körpermitte zentrieren. Stelle dir vor, wie alles Gewicht, was du auf deinen Schultern trägst, nun in deinen Beckenboden fließt und dich so noch stärker mit der Erde verbindet und du dein Zentrum kraftvoll in deinem Becken spüren kannst. Sieh nun, wie magenta-rotes Licht in deinem Wurzelschakra erstrahlt. Und sprich, ich bin in Sicherheit. Ich bin in Sicherheit. Ich bin in Sicherheit. Ich bin in Sicherheit. Wir kommen nun zu deinem Sakralchakra. Bitte, liebe Erzengel Uriel und Gabriel, öffnet und reinigt das Sakralchakra. Es liegt zwischen Schambein und Nabel. Hier geht es um transzendente Sexualität, wahre Liebe und Zärtlichkeit ausdrücken. Hier ist der Sitz deiner körperlichen Bedürfnisse, deiner Schöpferkraft und Kreativität. Stelle dir vor, wie es in rosa-rot bis orange Farben erstrahlt. Und sprich, ich werde zutiefst geliebt. Ich werde zutiefst geliebt. Nun kommen wir zu deinem Nabelschakra. Bitte, lieber Erzengel Gabriel, öffne, reinige und kläre mein Nabelschakra. Es ist der Sitz deiner Emotionen und deines Bauchgefühls. Es erstrahlt in orange bis goldgelb wie ein Sonnenaufgang. Stelle dir nun diese Farbe vor wie ein strahlender Sonnenaufgang in deinem Bauch und sprich, ich vertraue meiner Intuition und meinem Bauchgefühl. Ich vertraue meiner Intuition und meinem Bauchgefühl. Ich vertraue meiner Intuition und meinem Bauchgefühl. Wir kommen nun zu deinem Solarplexus Chakra. Bitte, lieber Erzengel Gabriel, öffne, reinige und kläre mein Solarplexus Chakra. Hier ist der Sitz von Macht und Kontrolle. An dieser Stelle spürst du deine Bewertungen, die du vornimmst. Hier ist die Verbindung zum kollektiven Bewusstsein. Es erstrahlt in goldener bis kristallklarer Farbe. Stell dir nun diese Farbe vor und sprich, ich bin stark für die Abgrenzung gegenüber allen negativ wirkenden kollektiven Energiefeldern und Gedankenmustern. Ich bin stark für die Abgrenzung gegenüber allen negativ wirkenden kollektiven Energiefeldern und Gedankenmustern. Ich bin stark für die Abgrenzung gegenüber allen negativ wirkenden kollektiven Energiefeldern und Gedankenmustern. Ich bin in Frieden mit mir und meiner Umwelt. Ich bin in Frieden mit mir und meiner Umwelt. Ich bin in Frieden mit mir und meiner Umwelt. Es ist sicher zu wissen und nicht zu wissen. Es ist sicher zu wissen und nicht zu wissen. Ich respektiere meine Wünsche und Grenzen. Ich respektiere meine Wünsche und Grenzen. Ich respektiere meine Wünsche und Grenzen. Nun kommen wir zu deinem Herzchakra. Bitte, liebe Erzengel Raphael und Samuel, öffnet, reinigt und klärt mein Herzchakra. Hier sitzt die reine Liebe. Hier ist der Sitz deiner emotionalen und körperlichen Gesundheit. Hier wohnt dein Mitgefühl, das Gefühl des Einsseins, das Wissen darum. Es erstrahlt in den Farben grün bis rosa. Stelle dir nun diese Farben vor und sprich, es ist sicher zu lieben. Mein Herz bringt Licht, Liebe, Heilung und Vergebung. Mein Herz bringt Licht, Liebe, Heilung und Vergebung. Mein Herz ist erfüllt von Dankbarkeit. Mein Herz ist erfüllt von Dankbarkeit. Wir kommen nun zu deinem Kehlchakra. Bitte, lieber Erzengel Michael, öffne, reinige und kläre mein Kehlchakra. Hier ist der Sitz für Kommunikation. Es erstrahlt in der Farbe hellblau bis tückis. Stelle dir diese Farben vor und sprich, es ist sicher meine Wahrheit zu sprechen. Es ist sicher meine Wahrheit zu sprechen. Nun kommen wir zu deinem dritten Auge, dem Stirnchakra. Bitte, lieber Erzengel Michael, öffne, reinige und kläre mein drittes Auge. Bitte entferne alles, das nicht in Licht und Liebe ist. Bitte, lieber Erzengel Raphael, bringe Heilung in mein drittes Auge. Sieh nun die Farbe indigo blau. Es ist sicher zu sehen. Es ist sicher zu sehen. Es ist sicher zu sehen. Stell dir vor, wie Erzengel Raphael mit einem strahlenden, hellen Licht dein drittes Auge nun berührt und öffnet. Halte dieses Gefühl des sonnendurchfluteten dritten Auges noch einen Augenblick. Wir kommen nun zu deinen Ohrchakren. Bitte, lieber Erzengel Michael, bitte, lieber Erzengel Raphael, öffnet, reinigt, klärt meine Ohrchakren. Fühl nun, wie strahlend helles Licht deine Ohren reinigt und klärt. Sprich, ich höre klar und deutlich alle Frequenzen, Schwingungen und Botschaften der Liebe. Ich höre klar und deutlich alle Frequenzen und Botschaften der Liebe. Es ist sicher zu hören. Es ist sicher zu hören. Nun kommen wir zu deinem Kronenchakra Bitte lieber Erzengel Metatron Öffne, reinige und kläre mein Kronenchakra Es verbindet dich mit dem kosmischen Bewusstsein Es erstrahlt in Violett Gold oder strahlend weiß Stell dir diese Farbe vor und sprich Ich bin mit der göttlichen Weisheit in mir verbunden Ich bin eins mit allem Ich bin Licht und Liebe Ich bin mit der göttlichen Weisheit in mir verbunden Ich bin eins mit allem Ich bin Licht und Liebe Nimm nun deine Hände wahr Lege die geöffneten Handflächen nach oben hin Bitte lieber Erzengel Raphael Öffne, reinige und aktiviere meine Handchakren Du siehst nun, wie grünes Licht deine Hände durchströmt Deine Hände aktiviert und belebt Atme ein und empfange Atme aus und gib weiter Atme ein und empfange Atme aus und gib weiter Atme ein und empfange Atme aus und gib weiter Meine Hände segnen alles, was ist Meine Hände segnen alles, was ist Die Berührung meiner Hände ist Balsam für die Seele Bringe nun deine Handflächen zueinander So als würdest du einen Ball halten Bewege die Handinnenflächen langsam aufeinander zu Du wirst spüren, wie sich ein Energiefeld zwischen deinen Handflächen aufgebaut hat Nimm die Intensität dieses Feldes wahr Sie fühlt sich an wie ein kleiner Ball Von Mal zu Mal wirst du spüren, wie der Ball in deinen Händen größer und größer wird Es ist äußerst wohltuend, wenn du deine Hände und diesen Energieball auf Körperstellen auflegst, die der Berührung bedürfen Nun konzentriere dich noch einmal Und nimm wahr, wie göttliches, strahlend helles Licht auf dich herabkommt Und durch dein Kronenchakra dringt Weiter zu deinem dritten Auge und deinen Ohren Zu deinem Kehlchakra, zu deinem Herzchakra Zu deinem Solaplexuschakra, zu deinem Nabelschakra Zu deinem Sakralchakra Zu deinem Wurzelschakra Weiter zu deinen Knien und aus deinen Fußchakren wieder austritt Stelle es dir vor, wie eine göttliche, weiße Dusche Die dich von oben nach unten noch einmal komplett durchspült Alles, was nicht mehr zu dir gehört, kannst du nun an Mutter Erde abgeben Nimm diese Verbindung wahr Du gibst ab an Mutter Erde Mutter Erde gibt dir ihrerseits Energie zurück Sie steigt durch deinen ganzen Körper auf Tritt aus deinem Kronenchakra aus Und geht weiter in den Himmel So bist du nun angebunden und verbunden mit Himmel und Erde Erzengel Jophiel sagt dir Verbinde dein Herz und deinen Verstand So wirst du göttliche Freude und Schönheit in allem erkennen Und der heilige, göttliche Geist wird dich mit Weisheit erfüllen Göttliche Weisheit inspiriert dein Bauchgefühl So bist du gut geführt für ein glückliches und erfülltes Leben Öffne dich nun für die körperliche Reinigung auf allen Ebenen, in dem du sprichst Ich bin stark für die Öffnung der Entgiftungstore meines Körpers Wie zum Beispiel Lunge, Niere, Blase, Darm, Haut und Beckenboden für die energetische Reinigung Wiederhole noch einmal Ich bin stark für die Öffnung meiner Entgiftungstore Ich bin stark für die Öffnung meiner Entgiftungstore jetzt Trinke nun reichlich, um deinen Körper beim Loslassen zu unterstützen Danke nun den Engeln für ihre göttliche Hilfe und dir selbst Denn du hast dir Zeit für dein Wohlbefinden genommen Gesegnet bist du in Ewigkeit Gesegnet bist du in Ewigkeit Gesegnet bist du in Ewigkeit Ich bin stark für die Öffnung der Entgiftung Untertitelung des ZDF, 2020